Das ist Rickling oder Rickel, hier ist die Schule, ja so ist das richtig, wenn die Schüler richtig angekündigt, mit runden Bildern und nicht hier mit irgendwelchen einheitlich schwarzen Strukturen. Das war schön hier eben, Rickling, so wir fahren jetzt aber erst mal geradeaus, ja, Rickling hier am 21. September 2012. Hier ein bisschen vollgespürt, EDK stand sogar dran, klingt das bei Absicht, vorher haben sie reichlich hier in Rickling. Hier, Achtung, Schulweg, schönes Bild. Das hier, das Blaubeer, gibt es auch. Da sehen wir, wie spät das jetzt ist, gibt es einen kleinen Mittag in Rickling, Heidehof. Hier ist ein hübscher Hund, mit Mann. Kaufmannsladen, Rickling. Da fahren wir mal, wo fahren wir längs? Bei Münster wollen wir mal mitnehmen. Oder Trappenkampf, ja, wir haben geordnet mit Trappenkampf mit. Wo ist das denn? Okay, Richtung Trappenkampf, geradeaus. Und tschüss.